Woop Kriegsbestien und er wird vor Ort der Falle er steckt der Tänke die Tänke sind könnte man ja also man geht da unten um die attacke mit links sind dann wepten der menschen die attacke mit links sind dann wepten der mensch denke aber du läufst jetzt raus oder sind zwei fallen die man auslösen ach man kann kurz reinlaufen und dann weglaufen ja hier sind nicht viel los das ist ein fucker ist reingelaufen eine neue attacke die land ab oder auch so ja ja komm jetzt immer stärkere bis wir sterben spiel aus ich denke dass da jetzt dann gleich ein boss kommt spiel ein spiel scroll habe ich gerade aufgenommen ja mit dir kannst du auch irgend um also so hast du welche nochmal von Anfang an auch ok ne hast du gar nicht nur die wo dich zurück ins Anfangsdorf bringen hat man ich hab irgend ein staff wenn nomes walking staff interessiert kein erscheint aber ha interessiert keine sache ich hab'n helm dir ich hab'n zwei sachen die du brauchen könntest ok hier einmal das dach und einen helm ich hab'n bitte dir mal ein schild an ja danke ne es brauche ich dir dringend ok dann ach zu dankeschön da rechts fahren wir schon oh mein armes tier dein arme nass tier was los was los war das der Hüter der kein Schatzkiste oder der war übel stark ja es geht Shade Beast Beast da ist ein Quest ok nein angenommen nein wow hier gibt's wie hier oh mein Gott hä wo ist der denn so'n wo läuft der da hin kann man kein Quest wieder abgeben pfff aaaah ne kann man aber nicht achso ne ich hab's gefehlt ich glaub das hat er sowas aufgemacht ja genau da gibt's dann die Quest nein das ist da für die Quest war das Level 8 machen wir mal zuerst hier fertig ok links um da sieht er die Sterne so überall fest sind das ist ein Schlüssel da ist ein Schlüssel noch nicht nö ich habe den Schlüssel b nö da ist ein b nö 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 Da ist ein Golden Key. Okay. Alles. Du. Ui, komm mal her, ich habe irgendeine Fischer, meine Materne angemacht. Da kommt auch wieder ein Fest. Ich habe gar gegen den Warmerker gekämpft, der ganz gut macht. Hast du das schon aufgemacht? Ah, ich habe es aufgemacht. Nee, nee. Ah, der Schüsse zieht dann beide. Ja. Kann das sein, dass da dann für mich auch was leuten liegt. Da links ist ein Fest. Ja, wahrscheinlich. Ich gehe dann auch mal kurz hinter. Ich gehe mal kurz hinter. Ah, ich habe quasi die Laternen angemauert, das kommt ein Schiff. Hast du ein Fest? Ach so, du hast die Laternen noch gar nicht angemacht gehabt. Ja, das wäre auch wieder ein Portal, da war jetzt auch wieder Level 8. So wie ich kann seit normal nicht mehr dauern, dass wir Level abkommen. Ja. Warst du bei der Kiste schon? Ja, ja, war ich schon hinten. Ja, genau. Oh, jetzt habe ich fast das Portal. Alter, da müssen wir rein, da müssen wir rein. Hier, Basenportal. Ja. Weil das ist, das kommt nur wenn du so ein Viech tötest und dann gibt es jetzt, ähm, Lauterbonussachen. Hm? Da drinnen können wir ja lauter Bonussachen kriegen. Bist du schon da? Bist du nicht da? Ne, ich bin ja nicht da. Neunz Meter. Ja, ach so, okay. Boah, hier bist du. Ich hätte mir auch rechts schlafen können. Oh, naja. Ja. Ich glaube, wir müssen uns aber schnell bewegen. Wir müssen uns immer schnell tot. Ach, mein Pat ist nicht da. Da hältst du. Ich habe ein Mysterious nicht schlimm gefunden. Da hier bringt uns das. Geh mal woanders hin. Ja. Ich glaube, wir können da irgendwo anders hin. Oder? Ja. 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 Oh, ein Gegner. Ne, kommt nichts. Ja, kommen wir nicht. Da gibt's weiter. Ja, geh lauf mal anders hin. Der Jenkins wieder. Ah, ich lauf am möglichst weit von dir weg. Ja. 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 Lauf einfach irgendwo hin. Wenn du was findest, können wir immer noch schauen, dass wir uns gegenseitig finden. What the fuck. Oula. Ich habe irgendein Mysterious Scam gefunden. Hab ich auch schon einen. Jetzt haben wir zwei. Geh dann ab. Das scheiß Ding traut dich total. Cool. Ja, total. Ich feier sie ja. Das muss der Weg sein. Also ich habe jetzt schon drei Endgame gehabt gehabt. Oh je, da geht's noch weiter. Ja. Das gehört, der vergisst euch. Hey, du bist... Hey, cool. Da bist du. Hier, was? Ich glaube ich jetzt wieder zurück. Auf der Insel war ich schon, da war nichts. Achso. Ja, ich bin gleich von da her gekommen. Genau, da sind wir jetzt gerade. Geht's mal da lang? Ja. Da oben habe ich nichts gefunden, was lang geht. Achso, ja. Ja. Einen Weg gab es hier noch. Dann komme ich auch mit zurück. Also ich... Ja, der ist auch zu Ende. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen zurück. Oh. Na, darf ich aber nicht. Ja, dann gehen wir. Was ist da weiter? Nein. Ja, wichtig. Achso, ja. Ja, gehen wir. Betreu, Alter. Finden wir mal einen Weg zurück. Hoch. Und dann links. Ja. Gehen wir wieder zurück. War erfolgreich. Ja, sogar beide sind ein Game gefunden. Krass, gell. Die drei haben wir sogar insgesamt. Echt? Mhm. Ich habe auf der ersten Insel gehängt. Da, wo wir gleich gestartet sind, war auch einer. Ja. 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 Oh. Ein light trousers. Lichthosen. Oder leicht. Oder leicht die Hosen, ja. Oh, fail. Einmal habe ich verkackt. Cool Tag. Random Ember Spec. Ich habe echt Hosen gefunden. Und einen Training Caller schon wieder. Ich kann wieder neue Skills verteilen. Was haben wir denn? Ach, habe ich ja gerade schon eingesetzt. Ah, ein neuer Sockel. Ach, du kannst das ganze Zeug deinem Pad theoretisch aus dem Club geben. Dann rennt der mit dem rum. Ah, ich habe noch einen Sockel, den ich irgendwo reinballern will. Passt. Ah, bist du unten? Ja. Oh, die Waffe könnte vielleicht was für dich sein. Ja, aber wir treffen die nicht. Ne. Ne. Das ist gut. Das ist gut. Der. Was ist das? Das ist gut.. Ruhig, cool. Kannst du das anfangen mit dir? Ja, ich muss noch ein Level abkommen. Achso.